Spann-Klassgleich Schartext Im es ist wie verhext In der Liebe hat dieser Harry Potter Star einfach kein Glück M. Spann Strom nach nur einem halben Jahr Ist der Liebeszauber vorbei Emma Watson 28 Und Glee Darsteller Kurt Oberstreet 29 Haben sich getrennt Das Paar lernte sich Ende letzten Jahres kennen Kurz nachdem Watson und William Knecht 37 Schluss gemacht hatten Mit dem US-Software-Manager War die engagierte Feministin Zwei Jahre lang zusammen Strom im Februar Besuchten Watson und Oberstreet Gemeinsam ein Konzert Im März die Oscar-Party von Strom Strom Doch sie posierten nicht als Paar Auf einem roten Teppich Und verkniffen sich öffentliche Liebeschwüre Im sozialen Medien Strong Die britische Zeitung Ahreff gleich HTTPS www.desun.co.uk Twans Hobbits 6.397.445 Emma Watson Boyfriend Spät Kurt Overstreet Target gleich Blank Fail gleich No Opener Klass gleich Externalink Desuna Zitiert eine Quelle Emma und Kurt haben zwar über ihre Beziehung geschwiegen Aber sie haben sich wirklich sehr gut verstanden Die beiden verbrachten für Zeit in Los Angeles Mussten aber feststellen Dass der Zauber der Liebe bei ihnen doch nicht auf Dauer wirkte Strong in einem früheren Interview verriet Ahreff gleich Unterhaltung Leute Leute Tattoo Pane Oscar Grammatik Fehler 55 Millionen 4064 Bild HTML Emma Watson Warum sie ihre Liebesbeziehungen aus dem Blitzlichtgewitter raushält Ich möchte konsequent sein Ich kann nicht in Interviews über meinen Freund sprechen und dann erwarten, dass die Paparazzi uns in Ruhe lassen Mir ist aufgefallen, dass Liebesbeziehungen in Halve zu einem Teil der Filmpromotion werden Und ich hasse den Gedanken, dass jemand, mit dem ich zusammen bin, sich als Teil einer Show fühlen könnte Strong Spann-Klass gleich Schartext Ein Teil der Trennung von Kurt Oberstreet erfolgte übrigens doch ein wenig öffentlich Watson folgt ihrem Ex-Freund nicht mehr auf Instagram-Span Auf dich